Häufig wird nach dem Exposé ein Treatment des Films angefertigt. Ein Treatment ist eine ausführliche Ausarbeitung des Plots. Anders als im Exposé, in dem die Story nur zusammengefasst wird, sind im Treatment alle Story-Elemente, alle Charaktere, alle Szenen bereits vorhanden. Anders als das fertige Drehbuch enthält es aber keine Dialoge. Der Grund dafür ist, dass Treatments in der Filmindustrie die Aufgabe haben, Produzenten oder Geldgebern die Vision des Films nahezubringen. Während das Exposé nur die Idee einer Geschichte entwickelt, soll beim Lesen des Treatments bereits sichtbar werden, wie das Endprodukt aussehen kann. Es hat also keine Dialoge, da es, anders als das Drehbuch, keine Handlungsanweisung an Schauspieler oder Regie ist. Stattdessen beschreibt das Treatment möglichst objektiv, was ein Zuschauer auf der Leinwand oder dem Bildschirm sehen würde. Es beinhaltet keine blumige Sprache oder einen konstruierten Spannungsbogen, da es nicht darauf abzielt, zu unterhalten, sondern darauf, einen möglichst klaren Eindruck der Vision zu kommunizieren. Die Länge eines Treatments kann je nach Film und Auftraggeber zwischen 10 und 80 Seiten variieren. Es gibt darin noch keine Einteilung nach Szenen, keine Dialoge und keine Regieanweisungen. Das Setting und die Charaktere werden knapp vorgestellt, aber nicht erklärt. Das Treatment darf nicht mehr enthalten, als der Zuschauer später zu sehen bekommen würde. Fassen wir noch einmal zusammen. Ein Treatment umfasst zwischen 10 und 80 Seiten. Darin müssen alle Story-Elemente bereits vorhanden sein. Das Endprodukt sollte bereits erkennbar sein. Es darf aber nicht mehr enthalten, als der Zuschauer später auf dem Bildschirm oder der Leinwand zu sehen bekommt.